Herzlich Willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast Ausgabe Nr. 289. Mein Name ist René und außerdem heute mit dabei der Knasti Basti. Kude. Die Geschichte aus Klagenfurt scheint dich erreicht zu haben. Die Geschichte aus Klagenfurt hat mich erreicht. Ich habe auch schon mehrere Stunden damit verbracht, YouTube nach ARD-Aufzeichnungen aus dem Jahre 2008 abzusuchen. Leider ohne Erfolg. Ich habe mehrere Artikel auf Fokus gefunden, allerdings alle ohne ein entsprechendes Bild. Ich muss auch, ich habe auch einen Fehler gemacht, ehrlich gesagt. Die Rechercheaufträge, die ich in die Welt geschickt habe, die sind leider falsch, weil mir ist eingefallen. Das war es gar nicht so. Nein, doch, ich war es schon, aber das war einen Tag vorher. Das heißt, der Abend, wo ich verhaftet wurde, da waren gar keine Spiele. Sprich, die Tagesschau, die rausgekommen ist, war am Tag der Öffnungsspiele erst. Das heißt, ich bin einen Tag verrutscht. Ich bin aber eingefallen, weil ich... Also erstmal der Vollständigkeit halber, wer die ganze Geschichte hören will, der muss leider, wenn er hier mit durch ist, 3,90 hören. Nicht jetzt unterbrechen und erst hier zu Ende hören und dann 3,90. Und Moment mal, du bist wegen einem angeblichen Becherwurf verhaftet worden vor dem Spiel? Ja, also wir waren... Macht es irgendwie noch absurder. Nein, ich war... Also das Ding war, die Deutschen... Ich hatte nur Karten für ein Kroatien-Spiel. Ich war mit Kumpels, ein paar Kroaten, da wollten wir uns alle zusammen Deutschland-Kroatien angucken. Das war aber nicht das erste Spiel. Deutschland hat, glaube ich, erst gegen jemand anders gespielt. Und da waren wir aber trotzdem schon in Klagenfurt und haben gewartet, bis sie kommen. Und dann waren wir den Abend, bevor die EM überhaupt startete, waren wir schon dort unterwegs. Und da ist das passiert. Das heißt, die Ausstrahlung war am Eröffnungsspieltag. Okay. Ich bin einfach einen Tag verrutscht. Aber ich habe schon dem Herrn Bark von der... Dem Herrn Markus Bark habe ich jetzt schon geschrieben und dem anderen Hörer, der da auch irgendwie schon ziemlich weit war in den Recherchen und die Recherchen... Das läuft. Also ja, das ist... Ich fände dieses Video großartig, vor allen Dingen, wenn Axel es dann noch schaffte, diese Szenen mit diesem Tiamolid zu unterlegen. Das könnte ein großartiges... Das könnte ein Erfolg werden. Das wäre der perfekte Einstieg in 2018. Aber nun gut. So, wir wollen reden über die Eintracht und über den Pokal. Der Herr Marvin kommt auch gleich noch dazu. Der hat es leider nicht ganz rechtzeitig geschafft. Du warst in Heidenheim und hast dir dieses wunderbare, grandiose Fußballereignis über 120 Minuten live vor Ort anschauen können. Ja, das war kein Leckerbissen, würde ich mal sagen. Ach, stell dich das so an. Also die Eintracht fand das Spiel so gut, dass sie extra noch 30 Minuten draufgelegt hat. Ja, wir fanden das auch so toll, weil die Hinfahrt, die lief schon so reibungslos toll, dass wir da... Ja, aber da sind überall Bausteine gewesen. Mal noch ein Unfall, dann sind wir auf eine Landstraße gefahren. Also es sind eigentlich nur irgendwie... Eigentlich sollten es nur zweieinhalb Stunden Fahrt sein bis drei. Ja. Am Ende fünf. Da freust du dich natürlich, wenn es noch Verlängerungen gibt auch, weil du weißt, du musst den ganzen Scheiß ja auch noch zurückfahren. Hervorragend. Aber, ja, ich sag mal so, ich hatte mich ja schon drauf eingestellt, das hatte ich ja hier an der Stelle auch schon gesagt, dass das kein Zucker stecken wird und mir das völlig egal ist. Und ich hatte das Ergebnis ja auch ganz exakt vor Haus gesagt. Das ist allerdings richtig, also wenn hier einer Fußball-Sachverstand hat oder halt einfach mal verdammt viel Glück, dann bist du das. Ja, also... Hättest du das mal getippt? Hättest du das mal getippt, das wäre echt Geld wert gewesen. Also ich fand es echt schwer anzusehen. Also ich habe die erste Stunde nur so nebenher gesehen, weil ich noch was anderes am Fertigmachen war und bin dann erst voll eingestiegen. Aber es war schon sehr schwere Kost. Also Heidenheim hat einfach fürchterlich defensiv und kompakt gestanden. Da war keinerlei Raum und du hast dann wirklich gesehen, wie schwer sich die Eintracht tut in dem Moment, wenn halt dann keine Räume da sind. Das ist ja immer wieder so diesen Moment, wo ein Salcedo hinten in der Abwehr stand, den Ball hatte, einfach eine Minute an derselben Stelle stand, von keinem attackiert worden ist. Ja, aber auch keine Möglichkeit hatte, den Ball irgendwie abzuspielen, außer Hasebe, der halt irgendwie zwei Meter rechts von ihm stand. Weil das Mittelfeld halt einfach so dicht war, dass keiner irgendwie einen Platz hatte. Und am Ende war es dann wieder irgendwie langer Ball nach vorne, der natürlich beim Abwehrspieler von Heidenheim landet. Die dann versuchen, irgendwie das Ding da hinten raus zu kontern. Also es war halt einfach echt eklig. Ja, aber das ist, ich hatte, als wir hier über dieses Pokalspiel in Schweinfurt gesprochen haben, habe ich das auch im halben, im Scherz gesagt, dass die Eintracht, egal gegen wen sie spielt, das Spiel nicht machen kann. Da ist, glaube ich, trotzdem was dran. Also das ist egal, wie tiefklassig der Gegner ist. Ich glaube, die Eintracht hat einfach diese Struktur noch nicht verinnerlicht, zu sagen, okay, wir haben den Ball. Das ist immer wie so ein kleiner Flipper. Also die Eintracht, da fehlt teilweise noch ein bisschen die Ruhe am Ball. Also auch durch diese vielen langen Bälle, du kriegst dann halt, ich glaube, die Ballbesitzzeiten von Eintracht, die sind halt ziemlich gering immer, wenn man die Einzelnen betrachtet. Also das ist nicht so, dass du irgendwie das Gefühl hast, ich spiele mal zehn, zwölf Pässe hintereinander. Das ist irgendwie noch nicht so drin. Aber du kannst jetzt einen einwandfreien Pass auf den Marvin spielen, der jetzt mittlerweile mit dabei ist. Guten Morgen! Hi, hi. Hey, jetzt nicht zu fassen. Ich bin, glaube ich, vor echt drei Minuten... Das war geil, wir haben alle voll die verschlafenen Stimmen. Ich bin auch gerade, ich habe auch fast verschlafen, habe ich dem René schon gesagt. Ich weiß gar nicht, was ihr habt. Ich bin seit vier Stunden wach. Was macht ihr denn bitte? Ich habe dem René auch schon erzählt, Marvin. Ich habe gesagt, ich wusste nicht, das ist mein Wecker. Ich habe gedacht, ich habe meinen Wecker aus Versehen gestellt und wollte den ausmachen. Dann ist mir eingefallen, oh, da war ja was. Das ist das Charme an so einer Endjahresfolge, da kann auch mal etwas schief gehen. Das ganze Jahr hatten wir nie Probleme mit nix. Dann kann dir jetzt auch mal was schief gehen. Ich meine, ich komme auch direkt von der Weihnachtsfeier. Also ich meine, dass ich jetzt überhaupt... Ach, du warst gar nicht im Bett? Doch, das auch, das auch, aber so zwischenzeitlich. Aber ich meine... Warst du denn alleine im Bett? Ja, das stimmt. Nein, 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 wenn ihr den Teil hören wollt, liebe Hörer, dann zahlt er jetzt hier fünf Euro und das kommt dann in der Sonderfolge hinten dran. Genau. Ja, also... Genau, kein Kommentar. Wir waren gerade eben bei der wunderbaren Möglichkeit der Eintracht gegen eine unterklassige Mannschaft wie Heidenheim ein Spiel zu eröffnen, nämlich gar nicht. Man muss leider offen zugeben, dass die Eintracht zumindest beim DFB-Pokal ein fürchterliches Fußballspiel bestritten hat. Also ich denke, das war, glaube ich, eine der schlimmsten Spiele in den letzten drei, vier Monaten. Und die Spieleröffnung, ja, die hat kaum stattgefunden. Man muss sagen, dass aber auch die Außen diesmal nicht so geklickt haben von der Spieleröffnung her. Nee. Also es war schon immens schwierig. Du hast gemerkt natürlich, dass die Mannschaft halt auch irgendwie auf dem Zahnfleisch geht. Das will man ja vielleicht auch ein bisschen nachsehen. Aber trotzdem, also von der Spieleröffnung war es sehr, sehr schwierig hier. Und das Ding ist, viele kleine Momente haben diesmal nicht funktioniert. Ich glaube, wir hatten sehr, sehr viele Fehlpässe. Die Abstimmung hat nicht wirklich funktioniert. Also selbst wenn Wolf was probiert hat, da waren die anderen, also auch zum Beispiel Rigota, die den Ball da nicht so weiter mitgenommen haben, wie es vielleicht notwendig gewesen wäre. Ja, oder was du halt ganz oft einfach auch hattest, war, dass ein Wolf oder ein Garcinovic es dann halt doch mal irgendwie geschafft haben, sich in den Strafraum vorzuarbeiten und dann an den langen Pfosten gespielt haben und halt einfach niemand am langen Pfosten steht. Du hättest das Ding zwei, dreimal einfach nur, wenn wir die Chance hatten, mal einschieben müssen. Aber da war halt keiner, weil halt überhaupt keine Abstimmung in der Mannschaft in dem Moment drin war. Ich fand, du hast halt fürchterlich gemerkt, zum einen, wie durch die halt alle sind. Ich meine, die Saison oder die halbe Saison war jetzt einfach auch lang. Du kommst aus einer englischen Woche. Du hast irgendwie verdammt viel Energie aufbringen müssen. Aber halt auch wie unkonzentriert und wie nervös die waren, weil du natürlich, klar, du hast zusätzlich noch irgendwie diesen Druck, weil du als Bundesligist gegen den Zweitligisten spielst. Also da gibt es halt einfach eigentlich gar keine Chance. Du musst das Ding irgendwie nach Hause bringen. Ja. Aber dieses hohe Maß an Nervosität, was du da bei den Spielern gemerkt hast, was halt auch einfach zu diesen vielen Fehlpässen gespürt hat, das hat mich schon sehr erschreckt. Ja, das ist gut gesagt. Ich will es trotzdem überbewerten. Ich will es nicht überbewerten, aber es ist halt einfach, also du hättest das Ding halt einfach ganz klar runterspielen müssen. Die Chancen wären da gewesen. Wenn du halt eben konzentrierter gewesen wärst, dann hättest du nach 60 Minuten 2-0 geführt. Ja, spätestens nach 65 Minuten, nachdem Haller da noch dieses Ding hatte, was er dann halt einfach auch, weil dann auf den Torwart geschossen hat, wo du ab der 70. auch gemerkt hast, Haller ist halt einfach auch durch. Der war konditionell auch total am Ende. Ja, und dann hättest du das die letzten 20 Minuten einfach noch sauber runtergespielt und dann wäre halt auch gut gewesen. Ich finde es fast unsere Hinrunde, aber so ein bisschen zusammen dieses Spiel, weil es genau das zeigt, woran es bei uns noch hakt und was aber auch gut ist. Also ich finde, was bei der Eintracht, haben wir ja schon oft angesprochen, dass manchmal die letzte Konsequenz von dem Tor halt fehlt. Also dieses, du könntest dir das Leben viel leichter machen, wenn du an gewissen Stellen griffiger vorne wärst. Das hatten wir, das war jetzt nicht nur hier, das war in Hoffenheim so, das war in Mainz so, das war in vielen Spielen war das so, wo wir denken, das hätten wir nicht verlieren müssen. Selbst gegen Leverkusen. Das erste Spiel gegen Wolfsburg. Also es sind viele Spiele dabei gewesen, wo du denkst, die Eintracht war gefühlt besser, aber kann das irgendwie nicht mit Konsequenz auf den Platz bringen. Dann hast du dann auch wieder dieses, dass die Eintracht schnell in Panik gerät, was dann irgendwie so bildlich dargestellt ist durch den Ausgleich. Völlig unnötig. Ja, das stimmt. Dann hast du aber auch trotzdem diese Einstellung, die manchmal dann einfach sogar diese spielerischen Mängel überdeckt, weil du es halt trotzdem durchziehst. Also diese, es hätte Eintracht-Mannschaften gegeben, die dieses Spiel noch verloren hätten. Ja, das stimmt. Und die haben es nicht. Die ignorieren dann an gewissen Stellen, dass sie irgendwie schlurig sind und ziehen es halt einfach durch, bis es dann funktioniert. Und solche Spiele hatten wir auch in der Runde. In Hannover, gegen Stuttgart, gegen Bremen. Wo du nicht unbedingt viel besser warst, wo du echt teilweise einen schlechten Tag hattest, aber wo du es über die Einstellung dann einfach relativierst. Und alles in allem, es ist glaube ich, mir ist es dann alles nach Hause gefahren, wenn gut. Für mich ist es auch nochmal ein anderes Erlebnis, weil ich halt im Stadion war. Du bist dann, wenn ich Auswärtsspieler mir anschaue, dann achte ich auch nicht unbedingt auf jeden taktischen Kniff, sondern bin dann da mit Leuten, du singst und Hauptsache du willst irgendwie... Ja klar, das ist dann aber was anderes. Aber ich muss schon echt sagen, am Fernseher sich das anzugucken, das war halt schon echt schwere Kost. Ja gut, das konnte kein normaler Mensch machen. Also man muss es schon sagen, also wie gesagt, wo du spielst. Ja, ich fand das irgendwie, ich glaube Mara, die Wortpiratin hat ja das in der Halbzeitpause getwittert, so nach dem Motto, der Eintracht gegen Heidenheim ohne Fanzugehörigkeit guckt, der hat echt nicht mehr alle Latten am Zaun. Wo ich dann geantwortet habe, selbst mit Fanzugehörigkeit hast du da bei dem Spiel nicht alle Latten am Zaun, weil es ist... Ja gut, aber das hast du mittlerweile übrigens auch bei vielen Bundesligaspielen. Also ich meine, das Eintracht gegen Heidenheim war echt nochmal so eine andere Nummer, weil es wirklich, du hast halt gemerkt, dass bei beiden Teams nicht wirklich viel zusammen gegen Heidenheim war ja jetzt auch nicht großartig gut. Die haben den Laden irgendwie einigermaßen hinten zusammengehalten, das haben sie gut geschafft. Aber es hängt auch großartig damit zusammen, dass die Eintracht unfähig war, hier selber großartig Akzente zu setzen. Das haben wir über 60 Minuten nicht geschafft, wo wir auch sehr, sehr viele Fehlpässe hatten, wo wir ja nicht genau wussten, wie können wir unsere Mannschaft, unser Spiel überhaupt nach vorne strukturieren. Also da hat einfach vieles, vieles nicht gestimmt. Aber ich meine, das ist halt bei anderen Spielen auch so. Und gerade im Pokal ist es halt, wenn du jemanden wie Heidenheim hast, die natürlich ganz eng dagegen stehen, das war ja jetzt kein typisches Spiel, kein Punktespiel. Das merkst du halt, das Pokalspiel ist halt echt nochmal was anderes. Ja, wie du schon sagst, wir hatten keinerlei Idee. Wir wussten nicht, wie wir nach vorne kommen sollten, weil Heidenheim halt einfach auch mit den kompletten zehn Feldspielern in der eigenen Hälfte stand und im Mittelfeld zum Teil halt unsere Spieler einfach auch gedoppelt hat. Und uns hat halt jegliche Idee, mal so ein Spiel sauber zu eröffnen, irgendwie gefehlt. Die Außen waren halt auch schwach. Krevic hat immer mal wieder versucht, sich da irgendwie reinzukämpfen. Wolf hat es irgendwie versucht. Die sind dann meistens halt einfach daran gescheitert, dass keiner irgendwie mit war. Und über Wilhelms habe ich mich fürchterlich aufgeregt. Also der hatte halt einfach einen grottenschlechten Tag. Ja, das hat er sich auch die letzten Spiele so ein bisschen angedeutet. Also das war gegen Schalke auch an gewissen Stellen so ein bisschen grenzwertig. Aber bei ihm wurde das von Kovac auch schon angekündigt, dass er glaubt, dass es bei ihm noch dauert. Also dass er irgendwann in so ein Loch fallen wird, weil er das in die Bundesliga gewinnen muss. Er war ja auch lange verletzt vorher. Ich hoffe einfach, dass das jetzt so eine kleine Delle ist, weil ich eigentlich viel von ihm halte. Ja. Was man auf der anderen Seite sagen muss, Daniel Da Costa, als der eingewechselt wurde, der hat auf einmal richtig angefangen, da auf der rechten Seite Betrieb zu machen. Der ja dann auch bei dem 2-1 dann beteiligt war. Wobei man sich dann da auch so ein bisschen unsicher ist, ob es nicht dann irgendwie jetzt doch abseits war oder nicht. Also ich habe versucht, da irgendwie so eine eindeutige Meinung rauszukriegen. Die einen sagen irgendwie, es war abseits. Die anderen sagen, ja, war eigentlich noch gleiche Höhe. Das Gleiche gilt ja bei dem ersten Tor von Heidenheim, was dann da aberkannt worden ist. Also auch schwierig. Ich glaube, da gibt es auch keine finale Meinung. Aber man hat einfach in der Situation gesehen, wie gut er dem Spiel getan hat, um da halt auch so ein bisschen Kreativität da nochmal reinzubringen. Ja. Das war erstaunlich gut. Das muss man wirklich sagen. Also das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und man muss auch sagen, dass das Tor ja auch sehr gut herausgespielt war. Also egal, ob es jetzt abseits war oder nicht. Der Spielzug war schon ziemlich gut. Und das ist halt auch eine Qualität, die die Eintracht halt wirklich wieder hatte. Muss man ja auch zugutehalten, wie der Basti schon angedeutet hat. Egal, wie schlecht das Spiel läuft, du verzagst dann halt und nicht komplett und machst immer weiter deinen Schuhen. Irgendwann funktioniert es wieder. Genau. Aber das ist die neue Eintracht. Aber die neue Eintracht braucht halt auch, wie Basti gesagt hat, zehn Chancen, um ein Tor zu machen und allein diese zehn Chancen zu bekommen, da tun wir uns unheimlich schwer dafür. Wir haben eine Hörerfrage zu dem Thema bekommen Rechtsverteidiger, Linksverteidiger von Ed Andi Mette auf Twitter. Ich lese es gerade mal vor. Dass wir mittlerweile drei Top-Rechtsverteidiger haben und offenbar auf der Linksverteidiger-Position langsam ein Problem. Und ob das Problem so groß ist, dass Timmy Chandler über kurz oder lang auf die linke Seite wechseln muss. Ach, ich glaube ganz ehrlich, für mich ist das Problem nicht ganz so, da ich verstehe das, finde es gut, dass das beobachtet wird. Aber ich würde fast eher sagen, dass es einfach so ist, dass wir dadurch, dass wir jetzt die Winterpause haben, dass sich jetzt einiges ein bisschen relaxt. Also ich glaube, dass die Spieler, die momentan ein Leistungstief haben, jetzt langsam wieder herangeführt werden. Willems braucht einfach eine Zeit. Du hast gemerkt, dass er nicht hundertprozentig auf dem Höhe des Zeitgeschehens ist. Ich glaube, das wird sich aber jetzt mit dem kurzen Trainingslager ein bisschen angleichen. Okay. Ja, aber es stimmt halt schon. Wir haben halt auf der Rechtsverteidiger-Position haben wir halt irgendwie zwei, drei, die du da halt irgendwie spielen kannst. Ja, klar. Auf der Linksverteidiger-Position haben wir auch auf der Linksverteidiger. Ja gut, wir haben Tavata. Der hat auch so ein bisschen, aber da merkst du halt auch, dem fehlt halt auch noch so ein bisschen die Erfahrung. Tavata ist nicht hundertprozentig gleichwertig, aber auch er macht, ja, das, ich weiß nicht. Das ist halt ein anderer Spielertyp. Nee, also ja, genau. Also ich sehe die Linksverteidiger-Position, da muss man aufpassen, definitiv. Und falls, also ich meine, sag mal so, falls du jetzt noch im Sommer ganz zufällig, äh im Winter, jetzt noch ganz zufällig jemanden günstig für Coke heißt, okay. Nein, aber wenn nicht, dann ist es nicht so dramatisch. Dann musst du nicht zwingend jetzt sagen, da muss ich jetzt fünf Minuten investieren. Ich finde auch, ehrlich gesagt, da muss man ein bisschen relativierter drauf schauen. So schlecht sind die auch nicht. Das ist vielleicht eine kleine Delle und der aktuelle Eindruck, den man jetzt hat, der ist vielleicht wirklich nicht so gut, aber sowohl Tavata als auch Williams haben schon ein überragendes Spiel auch gemacht. Ich finde, ehrlich gesagt, dass für so eine Position, wo echt schwierig jemanden zu finden ist, geht das eigentlich. Also ich finde, ich habe da nicht so unfassbare Bauchschmerzen. Das ist jetzt keine Position, wo ich sagen würde, das ist die erste, wo wir reagieren müssen, ehrlich gesagt. Okay. Ich glaube, Williams hat es drin. Ich sehe Williams eigentlich als Granatenspieler auf Sicht. Dass es jetzt vielleicht am Anfang noch so ein bisschen Sand drin ist, muss man vielleicht mit rechnen, auch wenn es gerade blöd ist. Aber wir dürfen noch nicht vergessen, was für eine Geschichte hinter ihm steckt, zu sagen, okay, der war auf dem Weg echt ein Riesentalent zu werden, beziehungsweise ein Riesenkicker. Dann hat er diese lange, lange Verletzung und hat sich dann auch wieder rangekämpft und kommt jetzt von der holländischen in die Deutsche Liga. Ihm will ich auf jeden Fall, ihm würde ich sogar fast ein Jahr Eingewöhnung geben. Das ist einfach, ich würde jetzt gar nicht keine Wunderdinger in der Rückrunde, aber spätestens ab nächsten Sommer würde ich denken, dass er dann voll durchstört. Also er ist ein geiler Kicker und ich glaube, die Flausen, die er noch im Kopf hat, in Anführungszeichen, dass er manchmal ein bisschen zu nachlässig ist und du manchmal das Gefühl hast, er kickt irgendwie im Schwimmbad, weil er dann bleibt da stehen, schnick, schnick und schnack, schnack. Das wird Kovacic immer austreiben. Ich glaube, wenn jemand Rebic hinbekommt, dann kriegt er Williams dreimal. Ja, das stimmt. Ja gut, haben wir noch was, was wir zu dem Heidenheim-Spiel erwähnen müssen? Außer, dass es schwere Kost war, was wir jetzt schon ungefähr 200 Mal gesagt haben. Naja, also für mich war das insofern einfach immens wichtig, dass wir wirklich trotzdem weitergekommen sind. Also für mich ist es so, du kannst eine gute Hinrunde spielen, aber du musst immer voll konzentriert bleiben und musst auch die schwierigen Scheißaufgaben irgendwie bewältigen. Bestes Beispiel hier, vor einigen Jahren haben wir eine supergeile Hinrunde gespielt, haben aber einen Knackpunkt erlebt und das war die Niederlage gegen Aachen damals. Ich weiß nicht, ob sich noch der ein oder andere erinnert. Ja, ungern. Schwegler mit roter Karte, glaube ich war das. Ich meine. Danach ging es abwärts. Danach, die Rückrunde hat nichts mehr funktioniert und wir sind abgestiegen. Ja, für mich hängt das irgendwie immer wie so ein Damoklesschwert über so eine Halbserie der Eintracht und wenn sie das meistern, selbst diese unschönen Scheißaufgaben wie Heidenheim, dann glaube ich, kann das in eine andere Richtung gehen. Und wir haben es jetzt geschafft, wir haben eine super Hinrunde gespielt, haben jetzt auch nochmal einen guten Winterabschluss gefunden gegen Heidenheim und ich denke, alles richtig gemacht. Scheißegal, ob wir uns jetzt da total bemüht haben, ob es ein Kackspiel war. Aber daran erinnert sich niemand, weil ganz ehrlich, ich meine, auch Bassi war da, ist hingefahren, aber im Endeffekt wird er nicht denken an Weihnachten, wenn er irgendwie mit der Familie zusammen sitzt. Ja, Heidenheim, lange Fahrt und alles. Nee, da wird er denken, scheißegal, wir haben drei Punkte, beziehungsweise wir haben die nächste Runde damit erreicht. Das ist das Wichtige. Das denke ich nämlich auch. Ich denke auch, dass man unter... Ah, ist beim Pokal immer so. Wir sind bestimmt nicht der erste Erstligist, der sich auswärts beim Zweitligist sehr schwer tut. Das ist, glaube ich, normal fast schon. Und wir hatten auch dieses Erlebnis gegen Schalke, da gibt es bestimmt auch Mannschaften, die das nicht so gut verkraftet hätten. Also die Eintracht, ich muss sagen, wir haben ja immer, trotzdem haben wir immer noch diese Angst. Ich weiß, das ist jetzt mein Paradespiel, aber das liegt auch daran, dass wir da alle komplett in voller Eintracht-Podcast-Mannstärke und Fraustärke in Köln waren. Aber das ist für mich so ein Paradespiel gewesen, wo du weißt, wenn die Eintracht irgendwie einen Ausgleich kassiert oder irgendwas, was dann immer passiert ist. Dass die brechen dann zusammen, dann werden die hektisch, bla bla bla. Ich will nicht wissen, wie viele Spiele wir früher verloren haben und das hat die Mannschaft nicht mehr. Du musst überlegen, dass wir selbst einen Rückstand gegen Dortmund aufgeholt haben, ohne irgendwie komplett in Panik zu verfallen. Und das war jetzt wieder das Gleiche. Dieses 1-1 von Heidenheim kann dich auch komplett aus der Bahn werfen, weil du denkst, oh fuck, jetzt haben wir schon das Tor gemacht und jetzt bringt es trotzdem nichts. Aber nein, die Eintracht zieht es dann durch und das ist, glaube ich, eine sehr, sehr wichtige Erkenntnis, die wir mitnehmen können. Und wer weiß, wofür das Last Minotaur gegen Schalke ganz gut war, weil dann vielleicht der eine oder andere in der Mannschaft, ja weiß nicht, zu hoch geträumt hätte. So musst du dich immer wieder konzentrieren, du bist von den Punkten her nah dran, bist aber nur Achter. Das heißt, da musst du dir auch in der Winterpause nicht diese nervigen Zeitungsartikel durchlesen. Eintracht auf Champions League Kurse, bla bla, Spieler im Fokus. Nein, die Eintracht ist jetzt so ein bisschen wieder an die Seite gerutscht. Genau, das habe ich auch getötet. Die sollen sich mit anderen Mannschaften beschäftigen und wir machen ganz in Ruhe unsere Arbeit. Und wenn man sich die ersten Spiele der Rückrunde anschaut, da sind ein paar dabei, die kann man schon gewinnen, sage ich mal. Lass uns aber kurz beim Thema Pokal bleiben. Auslosung ist ja erst im Januar, entweder irgendwie an dem... Sechster oder siebter, irgendwie sowas auf den Dreh, genau. Wen hätten wir denn gerne? Wer ist noch in der Verlosung? Wir haben Mainz, die sind weitergekommen, wir haben Paderborn, wir haben Wolfsburg, die gerade eben Mario Gomez als Stürmer verloren haben. Krass, geht zurück nach Stuttgart. Ja. Finde ich auch hart. Ich habe noch keine Transfersummen oder irgendwas gelesen, aber mit sofortiger Wirkung, also die werden da schon den ein oder anderen Geldbetrag auf den Tisch gelegt haben. Was? Das habe ich noch gar nicht gehört. Das ist ja nicht zu fassen. Vor sieben Minuten stand es auf dem Kicker mit sofortiger Wirkung, wechselt Mario Gomez zurück zum VfB. Wie viel Geld haben die denn gelassen? Das ist ja nicht... Ich weiß es nicht. Ich habe noch nichts... Ich glaube, jetzt sagen wir es mit Tauschen mit Brekalo. Also ich weiß nicht genau. Müssen wir mal schauen. Ich habe noch nichts Finales dazu gelesen. Ich hatte auch nur gerade eben die Meldung gelesen. Tauschen mit Brekalo, danke. Das beschissenste Geschäft, was du machen kannst. Vor allen Dingen, wenn du... Nach der... Aber das... Ja, ich bin eh kein großer Fan, deswegen ist es wahrscheinlich jetzt auch unfair, was ich sage, aber... Wenn du in einer Transferverschiebung mit Simon Terrolle bist, dann zeigt es ungefähr deine Leistung. Das ist Stärke. Also ich finde ja... Ich fand Mario Gomez ja mega geil. Also ich muss ja sagen, ich bin immer noch sehr, sehr großer Fan. Ja. Und ich finde es immer noch ein sehr, sehr guter Spieler. Und egal, wie viel er jetzt für die gekostet hat. Also für Stuttgart ist es natürlich auf jeden Fall mehr als ein 1 zu 1 Ersatz. Ja. Ja, natürlich geht das, das war ein bisschen überspitzt dargestellt. Aber es... Ja. Relativiert seine Aussagen ein bisschen. Der war doch Kapitän noch in Wolfsburg. Der war Kapitän in Wolfsburg, ja. Ich verstehe es nicht. Also für mich klingt das alles so, als hätte er das einfach jetzt aufgeteilen Verderb jetzt einfach nochmal gemusst irgendwie. Keine Ahnung. Also ich meine, er ist jetzt auch... 22. Ja. Vielleicht sagt er sich jetzt lieber nochmal Karriereende hier bei dem Verein, bei dem ich groß geworden bin. Finde ich ja okay. Der hat vielleicht auch einfach Bock, mal wieder vor Fans zu spielen. Das darf ich gerade sagen. Der will wahrscheinlich einfach mal wieder ein bisschen Action. Ja. Könnte auch sein. Gut. Also wir haben Wolfsburg auch noch in der Verlosung. Wir haben Schalke, die 1-0 gegen Köln gewonnen haben. Wir haben Bremen, die gegen Freiburg gewonnen haben. Wir haben Leverkusen, die überraschend Gladbach geschlagen haben. Die Bayern, die gegen Dortmund gewonnen haben. Und ja, eben wir. Wen hättet ihr denn gerne? Entweder ich will gerne in Paderborn spielen oder zu Hause gegen Bremen. Zuhause gegen Bremen. Okay. Ja, zu Hause Bremen. Also in Paderborn kann ganz geil sein. Es wird aber halt auch wieder so eine ähnliche Gurkenpartie wie Heidenheim. Und Paderborn ist eigentlich aktuell sogar noch besser drauf. Auf jeden Fall, du siehst ja, ich meine, die sind kurz beim Aufstieg in die 2. Liga. Spielen eine richtig gute Hinrunde, haben sie bisher gespielt. Also das würde auf jeden Fall sehr, sehr knackig werden. Gut, ich finde es eigentlich ganz sympathisch, die Idee, wenn wir sagen, okay, wir könnten ansonsten halt auch gegen Bremen spielen oder, ja, ich weiß nicht. Also dann aber auf jeden Fall Heimspiel. Ich bin aber überlegen, ob vielleicht auch ein Heimspiel gegen Mainz ganz cool sein könnte. Ja, also Paderborn würde ich, weiß ich nicht, ich war auch so ein bisschen am Schwanken zwischen Mainz und Bremen tatsächlich dann als Heimspiel, Auswärtsspiel, fände ich irgendwie doof. Ja, Hauptsache nicht in München. Ja. Ja. Genau. Ich weiß nicht, es sind schon Termine bekannt für die Viertelfinalbegegnungen. Die sind ja dann auch irgendwie so... Februar, oder? Februar, meine ich, ne? Ich gucke gerade nochmal, 6.2. bis 7.2. ist Viertelfinale. Ja, also Mitte Januar, nee, Anfang Januar wissen wir es und einen Monat später geht es dann los. Aber in München wäre halt echt doof. Wobei, kannst du auch in München gewinnen, wäre auch mal was. Ja, kannst du machen, aber die Chancen sind halt gering. Und wenn wir sagen, wir wollen wieder ins Finale kommen, dann wäre es ganz gut, wenn wir das uns ein bisschen aufheben würden. Ja, ja, das ist schon klar. Das ist schon klar. Ich meine, immerhin, dass wir im Finale gegen Dortmund spielen, das wird ja schon mal nicht mehr passieren. Also von daher sind die Gewinnchancen auch schon mal gestiegen. Ja. Schade. Im Finale gegen die Bayern. Vielleicht kann Bayern ja irgendwie in Leverkusen spielen und dann auch mal ausscheiden. Und dann Attacke. Attacke. Ja, oder es kommt zu dem grandiosen Finale die Eintracht gegen Mainz in Berlin. Ich glaube, danach kannst du das Stadion aber wirklich renovieren danach. Ich glaube weiterhin, dass Mainz eigentlich irgendwann einfach wieder ausschalten wird. Ganz sang- und klanglos. Vielleicht gegen uns. Vielleicht gegen uns, ja. Dann wäre es nicht sang- und klanglos. Aber vielleicht können wir im Finale gegen Bremen spielen. Das wären auf jeden Fall zwei Ausschau-Präschen. Das könnte interessant werden. Could be. Oder gegen Schalke und dann sich für den späten Ausgleich rächen. Das wäre auch was. Oder halt dann im Finale gegen Paderborn. Das ist ja auch kein Drama. Grüße. Könnte auf jeden Fall auch sehr lustig werden, ja. Gut. Es ist jetzt nochmal ganz offiziell gemacht worden vor dem Pokalspiel, dass Rebic jetzt einen festen Festvertrag hat für die zwei Millionen. Ich war ein bisschen irritiert, dass das erst mit dem Einsatz im Pokal ist, weil ich hatte eigentlich nach meiner Zählart, hatte er vorher schon die 15 Einsätze irgendwie voll. Aber gut, meine Klausel ist ja jetzt auch nicht so 100 Prozent bekannt. Aber jetzt nochmal ganz offiziell. weil er hat jetzt einen Vertrag bis 2021. Ist das richtig? Ey. Also auf jeden Fall weit über den Sommer 2018 drüber hinaus für zwei Millionen und ein bisschen. Also kann man schon wesentlich schlechter machen. Ja, finde ich sehr gut. Ich hoffe auch, dass er keine Ausstiegsklausel hat. Genau, Juni 2021. Habe ich doch richtig im Kopf gehabt. Nee, von der Ausstiegsklausel steht jetzt hier nix. Nein, also es ist auf jeden Fall richtig cool. Also muss man sagen, aber man hat es ja jetzt auch lange angedeutet, das war eh im Sommer geplant. Wie gesagt, das ist ja eigentlich mehr durch eine Dusseligkeit passiert, dass es halt nicht so ganz funktioniert hat, ihn im Sommer schon zu kaufen. Weil die Eintritt ja ein bisschen, naja, indisponiert muss man sozusagen. Aber wichtig ist, was jetzt gemacht wurde, du hast mit Rebic jemanden, der alles Talent der Welt hat und jemanden mit Kovac, was wir ja schon gesagt haben, der ihn noch ganz gut kanalisieren kann. Ja, ich glaube, das ist ganz gut. Dann hoffen wir auch, dass Kovac auch bis 2021 bleibt. Ja, also diese ganzen Diskussionen, die da momentan über Trainer... Ich glaube, ehrlich gesagt, die sind heißer, als wir uns eingestellen wollen, ehrlich gesagt. Ich befürchte sehr, dass Bayern ernsthaft über den nachdenkt. Ich weiß es nicht. Ich glaube schon. Nee, kann ich mir nicht vorstellen. Das würde zumindest argen Sinn machen, weil das so eigentlich eine Kompromisslösung für diese Granden da ist, für den Uli und den Kalle und sonst irgendwas, weil der eine will wahrscheinlich einen mit Steigerduch und der andere will irgendwie einen jüngeren Trainer und Kovac ist eigentlich derjenige. Ich glaube, da könnte der gemeinsame Nenner dort sein, das passt mir eigentlich gar nicht. Ich weiß nicht, ich würde es nicht ausschließen, dass er vielleicht irgendwann da hingeht, aber ich würde sagen, es kommt noch zu früh und ich weiß auch in der momentanen Situation nicht, ob er da wirklich, ob er da wirklich hinpasst. Tja, ich sage ja auch nur, dass ich das irgendwie befürchte. Ich kann es mir auch gut vorstellen, ja, also die Gefahr ist da. Die ist noch eher da als irgendwie Dortmund oder so. Da bin ich erst mal ganz froh, wenn die Stimmen mal verstimmen. Die Stimmen verstimmen, wow. Die Stimmen verstimmen. In Dortmund, ja, ich weiß nicht, Kovac hat immer das Potenzial zu hören, aber ich weiß nicht, die Beine sind momentan ein sehr, sehr merkwürdig geführter Klub, seit einem halben, dreiviertel Jahr wieder spätestens. Seitdem der Uli aus dem Knast raus ist. Genau, seitdem der Uli wieder aus dem Knast raus ist und wild wütet wie so ein Watz. Das soll man dazu sagen, ja, also ich weiß nicht. Ich glaube, dass es trotzdem noch andere Trainer gibt, die naheliegender sind, aber du hast halt in Sachen junge deutsche Trainer auch nicht ganz so großartige Auswahl und da kann das natürlich immer passieren. Ja, ja. Das verstehe ich mittlerweile auch, warum der Basti immer so mit Uli auf einer Wellenlänge ist, weil sie sind ja Knastbrüder im Geiste, das ist ja lustig. Ja. Das erklärt einiges. Also ich sehe irgendwie die Gefahr, wenn Kovac geht, dass er dann tendenziell eher ins Ausland geht, sehe ich momentan eigentlich irgendwie ein bisschen größer. Ich weiß nicht. Also ich mache mir darüber jetzt keine Gedanken, ehrlich gesagt. Ja, ich will mir da jetzt auch keine Gedanken. Ich hoffe einfach, dass er, was er gesagt hat, auch war mal, der hat ja gesagt, der hat Vertrag und er bleibt auf jeden Fall die Saison jetzt danach noch. Also von daher, danke. Also ich würde ihn schon so einschätzen, dass er im Vergleich zu anderen Trainern da jetzt nicht einer ist, der das jetzt einfach nur sagt und dann irgendwie in drei Tagen dann doch bekannt gibt, dass er weg ist, sondern dass er da auch schon durchaus dazu steht. Ich glaube, das ist so ein, also meiner Wahrnehmung nach ist das so eine Art und Weise, so ein Standing, dass er sich da aufgebaut hat, das würde er dann komplett damit kaputt machen und das tut er nicht. Ja, ich denke auch. Wie gesagt, das tut er auf jeden Fall. Ich glaube, wir dürfen es auch nicht kleiner machen. Es ist für ihn auch trotzdem. Es ist jetzt nicht so, dass er wie irgendwie vorher Tottenham trainiert hat oder so, sondern es ist für ihn auch so. In der Bundesliga die erste Station und er hat jetzt auch diese Delle mit der letzten Rückrunde gehabt und er hat trotzdem hier viel Einfluss. Also das wird er auch nicht überall haben. Ich glaube, wenn er zum Beispiel nach München wirklich geht, dann hast du wahrscheinlich gar nichts mehr zu sagen, außer die Aufstellung. Selbst da wäre ich mir nicht ganz sicher. Ja, eben. Und deswegen glaube ich auch, dass er realistisch einschätzen kann, dass er hier mit Verantwortlichen, mit Bobic, mit Hübner, dass er mit denen gut zusammenarbeitet, der hat die Wertschätzung, die ist grenzenlos. Also es gibt, glaube ich, kaum einen Trainer, vielleicht Stöger zu seiner erfolgreichen Zeit in Köln, der derart unangetastet ist. Also du hast ja wirklich nicht mal irgendwie, es gibt natürlich immer einzelne Stimmen, das ist ganz klar, aber ich glaube schon, dass er hier in Frankfurt ein sehr, 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 sehr gutes Standing hat von allen Seiten. Und das erleichtert seine Arbeit ja auch, als dass man das so schnell wegwerfen konnte, weil das kann auch ziemlich schnell in die Hose gehen, wie man an anderen Stellen sieht. Also von daher, momentan passt alles. Ich wüsste nicht, ich hoffe nicht, dass sich das so schnell ändert. Klar werden irgendwann Spieler und der Trainer wird wahrscheinlich auch gehen, aber man muss mal festhalten, die Eintracht hat schon einen großen Schritt gemacht in die Richtung, in die wir uns das gehofft haben. Ja, das stimmt. Das ist eine perfekte Überleitung. Was würdet ihr denn sagen, wie groß ist denn der Schritt, jetzt mal bezogen auf die Hinrunde inklusive der Pokaldinger, wenn ihr das jetzt so versuchen müsstet, in einem Satz zu bewerten? In einem Satz? Ja, keine Ahnung. Also ich finde die Hinrunde überraschend, ehrlich gesagt. Ich finde es einfach positiv überraschend. Was soll ich dazu sagen? Mehr gibt es einfach nicht. Wir haben ein großes Ausrufezeichen gesetzt mit der Hinrunde, die besser gelaufen ist, als neun von zehn Leuten das wahrscheinlich gedacht hätten. Wir haben eine ordentliche Punktzahl erreicht. Ich denke, wir haben uns wirklich, wirklich gut verkauft. Ziel ist es halt, die Rückrunde einfach das zu bestätigen. Wohlgemerkt halt auch, also ich würde bei dem Satz mitgehen, wohlgemerkt halt auch wieder mit einer Mannschaft, die ja auch wieder einen großen Umbruch hatte, wie im letzten Jahr auch. Wieder viele neue Spieler, wieder Leihspieler, welche, die wieder zurückgekommen sind. So doch unerwartete Verpflichtungen wie in Boateng. Also ja schon einfach auch nochmal irgendwie eine ganz andere Richtung, wo du ja vielleicht auch sagen würdest, naja, eine Mannschaft, die jetzt einmal nochmal so zu 50 Prozent auf links gedreht ist, die muss halt auch nicht so eine Saison ab oder so eine Hinrunde abliefern. Also dafür schon einfach recht solide. Nicht immer Glamour-Fußball und nicht immer so die großen Ergebnisse, aber halt einfach solide und halt, wie Basti vorhin auch gesagt hat, so von der Einstellung her, dass du halt einfach deinen Stiefel durchziehst und dich halt immer wieder rankämpfst und nicht aufgibst. Ja, also halt einfach wirklich so einen kompletten, ja diesen Transfer zu so einer neuen Eintracht hin, was sich ja im letzten Jahr schon so ein bisschen angedeutet hat, jetzt einfach nochmal konsequent einen Schritt weiter gemacht. Das ist schon etwas anderes, als wir es bisher kannten. Ich finde das ehrlich gesagt auch echt erleichternd, weil wir haben das ja auch schon vor ein, zwei Jahren oder ich weiß nicht ganz genau, haben wir das ja auch schon mal angesprochen, dass wenn die Eintracht bald nicht aufwacht, dass da ein Anschluss verloren wird. Also die Eintracht war ja trotzdem auf der Schwelle dazu, vielleicht auch so ein Verein wie Nürnberg zu werden. Zu sagen, okay, du hast halt eine gewisse Zeit verschlafen und andere überholen dich, krass. Es kann sein, dass die Eintracht, auch wenn auch ein bisschen, trotzdem ein bisschen zu spät, aber trotzdem noch ein bisschen so diesen Turn geschafft hat in Richtung Verein, der vielleicht so ein bisschen innovativer und zukunftsfähiger sich aufstellen will. Das war ja nicht immer so. Also wir haben ja teilweise irgendwie hilflos da gesessen und gedacht, oh je, oh je, oh je, wenn die Eintracht da mal nicht irgendwie komplett überrannt wird. Natürlich ist die Eintracht kein Verein, der wahrscheinlich in den Europapokal gehört ist, immer noch nicht, wird wahrscheinlich auch erstmal nicht so sein, weil der einfach blockiert ist von Vereinen, die andere finanzielle Quellen anzapfen können. Aber zumindest habe ich das Gefühl, was unsere Außendarstellung betrifft, was unsere Social Media betrifft, was das Drumherum auch betrifft und dass vielleicht auch so ein bisschen die Transferpolitik, dass es so ein bisschen moderner alles geworden ist. Und ich hoffe, ehrlich gesagt, aber was, glaube ich, viel schwieriger wird, ist das jetzt zu konservieren im Sinne von, dass du halt eben nicht einbrichst und dass wir im Sommer nicht den nächsten Umbruch haben. Weil ansonsten würde sich gar nichts ändern im Vergleich zu früh, außer dass alles noch ein bisschen besser ist. Aber wir hatten früher auch gefühlt irgendwie jeden Sommer einen Umbruch. Egal was passiert ist, du hast irgendwie das Gefühl, ja, dann geht der, ja, dann muss wieder das. Du hattest nie irgendwie das Gefühl, da geht was irgendwie über drei Jahre, was aufeinander aufbaut, sondern das ist jedes Jahr eine neue Karte neu gemischt. Ich hoffe, dass das diesen Sommer anders ist, ehrlich gesagt. Weil anders als früher habe ich fast keine Position, wo ich sagen würde, boah, da müssen wir unbedingt jemanden holen. Ja, das stimmt. Ich habe jetzt irgendwie, ich würde mir gerade eher wünschen, dass die alle zusammenbleiben und wir holen im Sommer gar keinen. Ja, das ist so ein bisschen die Frage, was wir da jetzt in Zukunft für eine Rolle spielen. Sind wir der Verein, der mit so einer soliden, mittelmäßigen Mannschaft spielt und vielleicht irgendwie so alle zwei, drei Jahre mal die Chance hat, in so einen europäischen Wettbewerb oder nah ran irgendwie reinzurutschen? Ja, oder sind wir dann doch eher diese Form von Mannschaft, die als, ich sage jetzt dieses böse Wort, Farming-Team für andere Vereine gilt, wo du irgendwie junge Spieler hast, den zwei Jahre Spielpraxis bringst, den ein bisschen entwickelst und mit einem gewissen Aufschlag dann halt einfach auch weiterverkaufst und du dann halt einfach, ja, zwar im Mittelfeld der Liga bist, aber konsequent halt einfach so alle zwei Jahre einen Großteil deiner Mannschaft irgendwie durchwechselst? Da bin ich mir gerade noch nicht so ganz sicher, in welche Richtung sich das entwickelt. Ja, also das wissen wir, das weiß die Eintracht selber nicht und das, denke ich, wissen wir auch und wir nicht. Ich glaube aber, dass es auf jeden Fall so ist, dass wir, ja, was heißt Farming-Team, also Farming-Team ist jetzt einfach zu krass gesagt, also das sind so Teams wie Liefering oder so teilweise gewesen mal für Red Bull, aber wir sind schon Teams, die irgendwann Zulieferer sein können, aber Zulieferer nicht, ohne dann auch mal ein bisschen Geld zu kassieren. Und das heißt, wenn sich Leute bei uns immer weiterentwickeln, warum nicht? Und wir dann das Geld abkassieren, schadet nicht. Wenn Rebic halt jetzt noch ein, ja, was weiß ich, jetzt nur eine geile Rückrunde spielt und dann vielleicht nächstes Jahr nochmal gut spielt und der dann halt 15 Millionen Euro wert ist, dann so sei es, ja, dann akzeptiere ich das auch, dass es woanders hingeht. Das ist der normale Lauf der Dinge. Wir müssen unser Geld nur sinnvoll investieren und wir müssen irgendwie sehen, dass wir trotz dieser krassen Konkurrenz, selbst schon im Jugendspieler-Bereich, dass wir irgendwie die Balance halten und irgendwie mitkommen und das wird halt das Verbandspiel sein. Wenn du mitbekommst, dass Schuhe heute sagt, ja, schon wenn die 12 sind, 13 sind, da kommen die ganze Zeit irgendwelche Berater und machen den Flusen im Kopf und wollen die zu Red Bull oder auch zu Dortmund einfach ziehen. Ja, was soll ich denn dazu sagen? Das wird dann für Uli Eintracht immer schwieriger, dass dann irgendwie Leute noch herausdestilliert werden, die ein Bundesliganiveau haben, weil die alle schon weggekauft wurden und dann verfallen in Dortmund oder gerade in Leipzig fallen dann halt Leute ab, die es eigentlich so weit nicht geschafft hätten oder geschafft haben und wo du da gedacht hast, scheiße, der wäre vielleicht bei der Eintracht ganz gut geworden. Also es ist halt einfach schwierig und die Eintracht muss einfach sehen, dass sie irgendwie da das Verbandspiel irgendwie hinbekommt und gleichzeitig ihre Spieler, die sie aufbaut, mit Gewinn verkauft. Ja, der wichtige Punkt für mich ist da drin, halt eben dieses Thema mit Gewinn, wo wir ja in der Vergangenheit immer so ein bisschen schludrig waren und es nicht geschafft haben, Spieler, die wir ja doch irgendwie ganz gut entwickelt haben, dann halt auch mal mit dem nötigen Kleingeld irgendwie weiter zu verkaufen, weil wir halt einfach auch vorher ganz schlechte Verträge verhandelt haben. Da habe ich so meine Hoffnung, dass das jetzt einfach auch massiv besser wird mit der Zeit und sich dann halt auch lohnt, wenn wir die Spieler irgendwie entwickeln und wir sie nicht irgendwie für zweieinhalb Millionen abgeben und irgendwelche komischen, dubiosen, weiß nicht, Menschenhändlervereine noch irgendwie 70 Prozent der Kohle am Ende des Tages da einstecken. Ja, spannend zu sehen, wie das weitergeht und wann die Eintracht endlich sich entschieden hat, welchen Weg sie da gehen will. Ja, auf jeden Fall. Wir werden es abwarten, aber wichtig ist jetzt für mich für die kurze Zeit, ich würde ganz gern, wenn ich ehrlich bin, im Winter noch einen Innenverteidiger verpflichten. Ja, ich auch. Dabei bleibe ich. Wenn wir noch die Möglichkeit haben, irgendwie einen Innenverteidiger zu bekommen, um die ganze Defensive nochmal ein bisschen mehr zu entlasten, denn die Eintracht, das ist in Ordnung, ja, hinten, und da momentan spielen Rädchen rein, die das alles, ja, zu einem laufenden Konstrukt machen, aber wir müssen aufpassen. Und ich glaube, dass das sehr, sehr gefährlich ist, wenn hinten mal ein paar Sachen nicht funktionieren, dann kann es ganz schnell in die andere Richtung gehen, das wäre super, ein Backup zu haben, der die Qualität hat. Ja, du hast es ja jetzt schon gesehen, wenn dann Salcedo verletzt ist und dann Abraham vielleicht auch irgendwie angeschlagen oder mal wieder irgendwie die fünfte gelbe Karte oder eine rote Karte oder irgendwas kassiert, wie das dann halt einfach auch aussieht, wenn du da hinten dann nicht irgendwie noch so ein bisschen, ein bisschen mehr Möglichkeiten hast, sondern auch gerade mit der Spielweise, wo die halt einfach auch alle viel unterwegs sind und so weiter, dass du halt auch einfach mal ein bisschen sauberer da durchrotieren kannst, würde uns da schon extrem gut helfen, wenn wir da nochmal eine Variante haben, jemanden, den wir halt auch gefahrlos einsetzen können, ohne dass wir Angst haben müssen, dass das jetzt irgendwie wieder so ein Himmelfahrtskommando wird. Ja, genau so ist es. Ja, zumal wir ja auch manchmal echt mit drei Endverteidigern spielen. Ich finde, da musst du dann halt auch noch ein bisschen mehr Substanzländen haben, als wenn du immer nur mit zwei spielst. Also wenn du nur mit zwei spielst, dann kannst du ja sagen, okay, wir haben vier und wenn einer ausfällt, haben wir nur noch drei und wenn wir selbst in zwei ausfallen, haben wir noch zwei. Aber da wir immer mal mit drei spielen und weil einer von den vier auch Marco Russ ist, finde ich auch, dass wir da tätig werden sollten. Weil ich in der Situation als Abraham scheinbar, also ich habe ganz kurz richtig Schiss, dass er sich krass verletzt hat. Ja. Wenn ich da drüber nachgedacht hätte, wenn er nicht mehr da ist, dann sieht es übel aus. Also da, ja, weil Salcedo auch nicht so ganz die Erwartungen erfüllt hat, die ich hatte, ehrlich gesagt. Ich habe gedacht, der ist so ein bisschen so dieser Vallejo-Ersatz und der nimmt auch ein bisschen so diese Rolle ein, weil er auch schon ein bisschen internationale Erfahrung hatte. Aber da waren irgendwelche Dinge, von denen wir nichts wissen, die dann dazu geführt haben, dass es lange gedauert hat, bis dann die Mannschaft gekommen ist, weil wir es nicht undiszipliniert hatten. Keine Ahnung, was es war. Ist Gott sei Dank auch nie rausgekommen. Aber so wirklich, dass man sagen kann, er ist jetzt voll da, sehe ich noch nicht. Wer weiß, wie dauert das? Auch bei Fabian hat das auch gedauert. Wir müssen auch immer noch mal kurz uns immer ins Gedächtnis rufen, dass das alles erst eine Hinrunde ist mit einer Mannschaft. Wir sind ja alle erst dazugekommen und jetzt war ja Salcedo auch noch mit dem späten Einstieg in die Saison und so weiter und dann natürlich auch schon gleich der Druck dann da. Und ja, also das, ich finde, man sieht manchmal schon so ein bisschen die Ansätze, die er halt einfach auch zeigt und dass da noch ein bisschen was gehen kann, aber der Start war jetzt vielleicht auch an der Stelle nicht so optimal. Ja, wir dürfen uns nur einfach auf dem Status jetzt aktuell nicht ausruhen. Das wird das Wichtigste sein. Das finde ich auch. So ein bisschen diesen Matthias Summerspirit reinbringen. Zu sagen, okay, Leute, jetzt nicht euch ausruhen, nur weil es gut läuft, sondern einfach genauso ein bisschen, vielleicht sogar ein bisschen antizyklisch zu sagen, okay, die Spannung echt hochhalten, vielleicht wirklich den Innenverteidiger verpflichten, damit diese Rückrunde nicht in die Grütze geht wie die letzte. Und ich glaube aber, Bobic hat das ja auch in gewissen Interviews gesagt, dass man wenigstens daraus gelernt hat. Und das finde ich schon mal wichtig, weil das so trotzdem eine kleine Weiterentwicklung auch zu Bruchhagen ist, der da immer noch so ein bisschen beratungsresistenter gewesen ist. Also da wurden Fehler jetzt nicht unbedingt direkt korrigiert, sondern die wurden vielleicht drei, vier Winter hintereinander gemacht oder drei, vier Sommer. Und ich hoffe, dass die Eintracht daraus lernt und sagt, okay, wir wollen einfach breiter aufgestellt in die Rückrunde gehen. Das tun wir aber auch dadurch, dass die zwei besten Neuzugänge wahrscheinlich wirklich Mascarello und Fabian werden. Ja, das ist echt nochmal spannend, dann auch zu sehen, wie das dann ist, wenn die nach der Winterpause dann zurückkommen und vor allen Dingen auch, das haben wir ja in der letzten Folge schon gesagt, dann die schwere Entscheidung treffen müssen, wen du dann am Ende halt eben aufstellst und wen nicht, weil dann die Möglichkeit halt auch einfach recht groß ist. Ja, das stimmt. Das wird auch nochmal eine ganz andere Geschichte. Nun gut, ich glaube, damit haben wir auch so zur Hinrunde alles. gesagt, was wir sagen wollten, sagen können. Jetzt haben wir mal eine kleine Winterpause, die ja wirklich kurz ist. Am 13. geht es ja schon wieder rund. Das sind jetzt nur drei Wochen, von daher wird da jetzt nicht so viel zu tun sein oder viel machbar sein. Man wird jetzt, denke ich mal, nicht groß an Konditionen arbeiten, sondern eher noch so ein bisschen an Taktik, Spielabstimmung und so weiter, weil Großkonditionstraining wirst du da jetzt auch nicht machen können. Zumal ich glaube, die Spieler jetzt auch erstmal frei haben zwischen den Jahren. Also von daher, mal gucken, wie es dann geht und dann geht es ja gegen Freiburg direkt wieder los. Ja, genau. Also in kürzester Zeit dann schon bald wieder gegen Freiburg. Aber Trainingslager wird trotzdem wichtig sein. Die müssen jetzt erst natürlich auch mal ein bisschen sehen, dass sie ihre Weihnachtszeit irgendwie gut verbringen mit ihren Liebsten und dann geht es schon bald wieder ins Trainingslager. Wie gesagt, ich gehe davon aus, dass sich in Sachen Abgängen auch noch einiges bei der Eintracht tun wird. von den Spielern, die halt jetzt irgendwie überhaupt keine Rolle spielen. Und da bin ich, da hoffe ich, hoffe ich, dass die sich irgendwie anderweitig irgendwie ja, Einsatzmöglichkeiten finden. Das müssen wir mal sehen. Hoffentlich verkaufen. Vielleicht halt unter Leih, dass wir am Abwarten. Aber ja, und da geht es dann auch schon relativ bald weiter. Das ist halt eine sehr enge staffelte Bundesliga-Saison. Das geht Schlag auf Schlag. Aber ich meine, wir müssen es als Geschenk auffassen und begreifen, dass wir noch in zwei Wettbewerben sind. Und da müssen wir dann einfach sehen, da müssen wir einfach sehen, dass wir das so lange wie möglich beibehalten. Ja. Gut, dann lassen wir uns doch mal, wie immer, an dieser Stelle zum Dummschwätzer der Woche kommen. Und da müssen wir mal wieder auflösen, wer letzte Woche gewonnen hat. Und wir haben wieder einen Gleichstand zwischen zwei Kandidaten. Es ist echt erschreckend. Sehr kurios. Bitte? Sehr kurios eigentlich. Ja, es ist kurios, aber es passt wunderbar zusammen. Was ich jetzt gerade eben gelesen habe, musste ich mich kurz stumm schalten, sonst hätte ich angefangen zu lachen. Ich wiederhole nochmal, wen wir als Nominierte hatten. Und zwar haben wir einmal die Hörernominierung von Bondikes, und zwar den Herrn Nagelsmann, für seine Aussage, dass man auf Schnee ja kein Fußball spielen kann. Dann haben wir Uliha für sein ergreifendes Interview, indem er den Kaiser Franz verteidigt. Dann haben wir die ganzen Gerüchteeskalierer rund um Stöger und Nagelsmann. Dann haben wir Dietmar Hopp für sein Zeitungsinterview, wo er sagt, er wäre nicht rachsüchtig, aber... Und dann Armin Fee, der die Kölner Mannschaft bezüglich ihrer Fitness kritisiert. Jetzt könnt ihr mal raten, welche beiden wir haben, die gewonnen haben, während ich das hier... Also Hopp ist auf jeden Fall ganz weit oben. Ja. Sagst du? Okay. Und wer noch? Hoffe ich auch, ehrlich gesagt. Ja, Armin Fee vielleicht? Ihr sagt Armin Fee und... Hopp. Mhm. Ja. 50% habt ihr richtig. Es sind Armin Fee und Uli H. Uli H. Ja, okay, alles klar. Beide mit 29,4% jeweils. Von daher müssen sie sich den goldenen Kalle leider teilen diese Woche. Grüße. Aber ich glaube, das kriegen sie hin. Den können sie ja dann bei einer Flasche Rotwein oder einer Kiste Rotwein können sie das ja dann feiern. Uli. So, dann gucken wir doch mal. Wir haben auch diese Woche wieder eine Hörer-Nominierung und zwar von SGE Patrick, der den Chefredakteur Reine Haare Hane vom Extra-Tipp in Nordhessen nominiert hat, der eine sehr aberwitzige Diskussion zu Martin Kind und Hannover 96 auf Facebook geführt hat, wo ich mir auch denke, also wenn sich sowas Chefredakteur schimpft und da in diesen Kommentaren so einsteigen kann, ich weiß auch nicht, ob das so ein gut gewählter Job ist an der Stelle. Ich werde es mal verlinken, könnt ihr es nochmal nachlesen. War so ein bisschen kurios. Habt ihr denn noch Nominierungen? Ich komme mir irgendwie blöd vor, wenn ich immer die gleichen nominiere, aber ich nominiere geschlossen für alle, die da in der Doku gesessen haben, Breitner, Matthäus und Hoeneß, auf was für eine merkwürdige Weise die Franz Beckenbauer verteidigt haben. Entweder machen wir jeden eins, wir machen eine Sammelnominierung für die bayerischen Johnnies da. Sammelnominierung oder kommt wer rein? Breitner, Matthäus und Hoeneß. Ja, das ist da, hast du aber auch alles erwischt. Das ist ein schönes Trio. Auf jeden Fall, hat einer von euch die Doku auch gesehen? Nee. Ja, ja. Auf jeden Fall, ja, es ging halt da um die Geschichte von Franz. Diese Doku hat jetzt auch nicht so viel Neues zutage gebracht, weil das war ja alles auch schon bekannt durch die diversen Artikel. Aber auf jeden Fall haben sich Matthäus und Breitner irgendwie dazu bemüßigt gefühlt, den Franz zu verteidigen, was man ja auch verstehen kann. Also das sind Freunde wahrscheinlich und das würde ich wahrscheinlich auch machen. Nur würde ich mir da bessere Argumente zurechtlegen, als er hat ja so viel getan. Ich weiß nicht, wer es war, aber das ist auf jeden Fall der Satz, der für die Nominierung gesorgt hat. Da hat einer tatsächlich angeführt, dass der Franz ja dafür gesorgt hat, dass 30 Jahre gutes Wetter war bei der WM. Was? Das wäre ja ein Grund, warum man ihn nicht mehr verurteilen sollte. Wo ich mir gedacht habe, also jetzt reicht es, aber das kann kein anderer schopfen außer 30 Tage. Es war nur ein schlechter Tag. Ja, stimmt. Was hat er gemacht? Wer sitzt denn da daheim und sagt, oh, der Breitner hat recht, der Franz Beckmoor hat 30 Tage gutes Wetter gebraucht, dann kannst du nicht verurteilen. Als wenn man das nicht trennen kann. Wir hatten auch bei 390 schon die Diskussion darüber, also wenn man wirklich, wenn man wirklich sich mal darauf einlässt, das Rechtsverständnis von diesen Leuten irgendwie ernst zu nehmen, dann könnte ich jetzt quasi, dann würde ich jetzt rausgehen, würde einer alten Frau über die Straße helfen, um danach in Rewe zu gehen und den zu überfallen und dann zu der Polizei zu sagen, ja, stopp, 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 stopp. Ich habe doch was für den Kollegen Ich habe eben aber auch einer alten Frau geholfen. Ich habe einer alten Frau geholfen. Bitte verhaften Sie mich nicht. Also was ist das denn? Ich verstehe nicht, aber es bestätigt ja auch immer alles, was man da irgendwie vorher schon so von denen vernommen hat. Es ist ziemlich kurios, finde ich, was für ein Rechtsverständnis die haben. Und ja, Uli Hoeneß ist ja auch der Chef dort, was diese Dinge betrifft. Er hat sich dann ganz bedeutungsschwanger vor so irgendeinem grüllenden Fanklub gesetzt, die ihn da feiern und lässt sich für solche Aussagen dann feiern von wegen. Man soll den Franz jetzt in Ruhe lassen, weil da hat er sich nicht persönlich bereichert. Die vergessen und ich glaube, die haben wirklich dieses Verständnis im Kopf, dass wenn du an einer Stelle irgendwas Gutes gemacht hast, dass du dann auch andere Sachen machen darfst, die, ja, keine Ahnung. Ich habe da gerade so einen ganz blöden Vergleich im Kopf, aber den werde ich jetzt hier nicht aussprechen. Ja, das Problem mit Uli Hoeneß ist das Offensichtliche, was Basti immer wieder gut beschreibt. Ich denke, die Sache mit Beckenbau ist halt aber auch, und das hat einfach wirklich Marcel Reif einfach gut beschrieben. Man muss ja nicht derjenige sein, der ihn total in den Himmel lobt, aber auch gleichzeitig nicht, der ihn großartig verurteilt. Die Person Franz Beckenbau ist eine mit so vielen Schattierungen und da brauchen wir uns jetzt auch nicht aufschwingen und jetzt irgendwie ein Urteil darüber zu fällen. Ja, aber es ist halt einfach, ja, es ist leider ein bisschen problematisch, dass genau die Person, die selber irgendwie ganz viel Dreck am Stecken haben, wie halt Uli Hoeneß, ihn dann so irgendwie, ja, keine Ahnung, irgendwie reinwaschen wollen. Da ist halt Uli Hoeneß leider nicht in der Lage dazu. Und ja, Marcel Reif hat, ich weiß gar nicht, ob das, nee, es hat irgendein anderer gesagt, der gemeint hat, es wäre doch so leicht gewesen für Franz Beckenbau. Genau, das war dann der, das war der, also das war quasi der Sprecher. Ja, also die Autoren waren das, die gesagt haben, hättest du es einfach gesagt, hättest du gesagt, hier, das geht gar nicht anders. Der Franz Beckenbauer hätte es mit seiner Art, der auch mit Sicherheit höhere Sympathie Wert hat, als Uli Hoeneß zum Beispiel, der wäre damit locker davongekommen. Es ging ja dann nur um dieses Leugnen und dieses völlige für dumm verkaufen wollen von Leuten. Richtig. Dieses, ja, ich habe alles unterschrieben, Blanko und natürlich. Wo du dann am Ende halt rauskommst, das war eben nicht so. Ja, das ist das Problematik. Ich sehe es nämlich auch wieder Marvin, ich verurteile gar nicht zu sagen, oh, moralisch, ich habe es ja auch schon oft gesagt. Ich würde das wahrscheinlich alles genauso machen, wenn ich die Möglichkeit hätte, irgendwie Geld für mich selber zu veruntreuen und oder irgendwie. Die Sache ist halt einfach nur, dieses für dumm verkaufen der Öffentlichkeit. Einfach zu sagen, ey, ich kann die jede dreiste Lüge auftischen, werden die schon irgendwie glauben, beziehungsweise wird sich das im Sande verlaufen. Und das funktioniert halt nicht. Und das finde ich ehrlich gesagt auch gut so. Weil wenn sich das durchsetzen würde, als gesellschaftlicher Standard, ja, was ist denn das? Also, du kannst doch nicht einfach denken, wir können doch, es kann doch nicht jeder sein eigenes Moralgericht aufmachen, um zu sagen, ja, das ist gerechtfertigt. Es muss ja trotzdem, gibt es Gesetze, da kann man darüber diskutieren und da gibt es auch wahrscheinlich auch philosophische Ansätze, die man irgendwie diskutieren könnte. Aber, wenn es welche gibt, dann sollte man sich da schon dran halten. Da kann man nicht sagen, ja, aber. Das war bei Hoeneß Steuerprozess ja auch so. Ja, aber Uli Hoeneß hat es ja sogar selber zu seiner Verteidigung in einem Gerichtssaal gesagt, Herr Richter, bitte beachten Sie auch, dass ich vorher schon viel Geld gespendet habe. Da frage ich mich, die raffen es auch, glaube ich, gar nicht, ehrlich gesagt. Ja, das ist so. Das ist, glaube ich, in der öffentlichen Diskussion auch so ein Punkt, der dann dazu führt, dass es viele verschiedene Lager gibt. Ich glaube, die eine Seite versteht gar nicht, was der andere meint. Also mir geht es nicht darum, was Franz Beckenbauer gemacht hat. Mir geht es um diese Moralvorstellung, die da durchklingt. Zu sagen, okay, manche dürfen halt mehr machen als andere, weil es ist ja für einen guten Zweck und da hat die WM nach Deutschland geholt. Ja, allein diese Vorstellung so nach dem Motto, ich habe irgendwie was gespendet und deswegen bin ich jetzt irgendwie von aller Schuld beigestellt. Also das ist eine sehr merkwürdige Wahrnehmung. Naja, wir haben es schon ausführlich diskutiert. Es macht die Schleifung das ja, dass diese Granten hier wieder mal auftauchen. Muss man sagen. Ist in vielerlei Hinsicht merkwürdig. Auch die Doku fand ich durchaus streitbar. Es war irgendwie auch eine komische Doku, aber ich würde trotzdem sagen, wir empfehlen das. Also die hat schon merkwürdige Züge gehabt, war aber trotzdem irgendwie ganz gut, weil sie eigentlich die Zerrissenheit selbst von den Redakteuren oder von denen, die die Doku halt einfach gemacht haben, auch widerspiegelt. und ich glaube, vielleicht kann man darüber einfach mal einen Zugang zu diesem Thema finden. Ich nehme an, diese Franz Beckenbauer Doku gibt es in der Mediathek, oder? Ja, auf jeden Fall. Dann suche ich die gleich mal raus und werde die bei den Empfehlungen mit verlinken. Genauso wie die Pimpers-Doku, die gibt es auch in der Mediathek immer noch. Ich weise ausdrücklich darauf hin. Leute, schaut euch das an. Das ist ein so dummes Gomorra. Das war dieses Kohl-Ding da, ne? Ja, ja, aber das zeigt einfach, wie kaputt Strukturen schon seit vielen Jahren sind. Und das kann man sich wirklich mal zu Gemüte führen und sieht vielleicht die eine oder andere Person, die da heute noch aktiv ist, durchaus ein bisschen anders. Gut, habt ihr noch weitere Dummschwärzer der Woche Nominierungen? Kann doch nicht nachdenken. Ich habe letzte Woche einen vergessen, den nominiere ich jetzt nachträglich. Okay. Da habe ich letzte Woche, weil wir letzte Woche so viele hatten, ist mir einer runtergefallen. Markus Lindemann von Sky nominiere ich für seine Aussage, als er die Szenen sah, als die Leipzig-Fans bei der Niederlage gingen. Die hat da vorzeitig das Stadion verließen, irgendwie zehn Minuten, viele Stunden vorher. Und die Szenen im Fernsehen zu sehen waren und er irgendwie gedacht hat, er muss was dazu sagen, um das zu entkräften, bevor wir wilde Diskussionen anfangen. Als er dann sagte, ja, man soll ja Verständnis haben, dass sie so früh das Stadion verlassen, weil die Verkehrslage in Leipzig ist sehr coach. Ja, das ist totaler Unsinn. Was ist das? Was soll das? Das ist aber das gesunde, dass die Leute jetzt irgendwie kein Support mehr gegenüber Red Bull zeigen wollen. Ja, es ist nur die Verkehrslage. Das meine ich ja. Das ist so und auf unbeholfene Weise diese Verteidigung von Red Bull Leipzig, die nimmt die dann absurde Züge an, was mich aber ein bisschen ängstlich macht, dass die haben ja scheinbar denken, die ist ja was dabei und die gehen wahrscheinlich davon aus, dass 80 Prozent der Leute das einfach glauben. Vielleicht ist es sogar einfach so und das ist ein bisschen merkwürdig. Das schließt ja wieder an die Diskussion, das schließt ja wieder die Diskussion an, die wir hatten. Der nicht eingefleischte Fan, der wird das natürlich akzeptieren. Er wird sagen, ach ja stimmt, als ich das letzte Mal im Stadion war, war das auch so blöd und dann, das ist ja, für die breite Wasser ist das ja sehr anschlussfähig und natürlich der eingefleischte Fan des Vereins, der kann es jetzt irgendwie nicht nachvollziehen, weil der bleibt halt auch einfach nach Spielende noch 20 Minuten da, um mit der Mannschaft irgendwie zu feiern oder irgendwas. Aber für den Wochenend-Fan der sagt, naja klar, gehe ich halt 10 Minuten früher, dann komme ich auch in Ruhe vom Parkplatz weg und dann ist alles gut. Das ist ja auch in Ordnung. Das will ich gar nicht verurteilen. Meine Güte, dann gehe ich halt hier. Ich gebe mir das mal auf. Aber diese reflexartige Verteidigung da, das ist ja genau das Ding. Ich hätte mich gar nicht dahingestellt und gesagt, boah, guck mal, ich werde dich verhältn, das können echt den Fans, weil so eine Szenerie hast du auch bei anderen Vereinen. Das gibt es auch bei Eintracht. Das ist ja bei 17 anderen Vereinen, die halt einfach das Gleiche passiert. Da ist es keine Erwähnung wert, aber bei einem Verein wie Leipzig muss es auf einmal irgendwie erklärt werden. Das wird ja auch erwähnt. Das wird ja auch erwähnt. Ja, aber da sagst du, nur die Fans gehen vorzeitig aus der Zeit. Fans sind frustriert und gehen vorzeitig nach Hause. So, das wird dann ja gesagt. Ja, und das ist ja einfach eine Aussage. Weißt du, einige Fans gehen schon nach Hause. Das muss ja jetzt erst mal keine Wertung beinhalten. Ja, genau. Ja, genau. Aber das Problem ist, dass es gleich wieder, es wird gleich wieder versucht, das einzuordnen. Und das halt in der Art und Weise, wo du dir halt auch denkst, ja, warum sagst du mir das denn jetzt so? Ja, also, und das ist halt das Problem. Und dann verstehe ich nicht, warum das einfach gemacht wird. Weiß nicht. Also das finde ich ungünstig. Und da, ja, keine Ahnung, da wird zu wenig Feingefühl auch ein bisschen bewiesen, habe ich das Gefühl. Ja, definitiv. Definitiv. Gut, haben wir noch einen Dummschätzer, sonst bleibt es bei den dreien. Nö, ist doch gut. Gut. Ich könnte auch wieder Sky, ich könnte auch wieder Sky komplett nominieren. Ja, Sky kannst aber immer, nee, Sky mag ich jetzt nicht komplett nominieren, die haben mir nämlich ein halbwegs brauchbares Angebot für zwölf Monate Fußball geschickt. Deswegen mag ich sie jetzt heute ein bisschen. Ja, ich, ja, es ist für mich einfach nur generell ein absolutes Unding, dass die Moderatoren anscheinend gezwungen werden, immer diese Cross-Promo zu betreiben. Ja, das ist, im Spiel so, was weiß ich. Oder Nette Affen. Ja, genau. Ja, Stuttgart gegen Hannover und wenn sie irgendwo im Film Affen sehen wollen, dann schalten sie einfach Nette Affen. Zum einen das und zum anderen aber halt auch den Zeitpunkt, zu dem sie das tun. Also das ist mir jetzt ja auch bei Schalke und so wieder aufgefallen. Ja, du bist irgendwie in der Nachspielzeit in der 93. Minute, es ist gerade spannend. Ja, geht es jetzt über die Runden und dann kommt irgendwie Empfehlung und morgen können sie sehen hier den Film der Woche auf. Und ich denke, nee, das ist, das kannst du irgendwie in der 46. Minute machen, ja, wenn noch irgendwie 45 Minuten vor uns sind, aber nicht in der Nachspielzeit, wo jetzt die letzten 60 Sekunden laufen und es halt einfach auch spannend wird. Also das Timing ist halt auch einfach total absurd. Aber gut. Ein bisschen, es ist halt, ja, ich würde jetzt nicht nominieren, aber darüber können wir uns, ja, können wir uns vielleicht noch mal in einer separaten Sky-Folge oder so unterhalten. Ich glaube, da können wir, da können wir zwei Wochen irgendwie drüber, drüber, uns drüber unterhalten. Da laden wir uns vielleicht auch die Damen und Herren von 93 noch komplett ein, das könnte dann eine sehr illustre Runde werden, glaube ich. Machen wir so eine Eintracht-Podcast 93 Crossover Sky Sonderfolge. Das geht in die Geschichtsbücher ein. Jetzt aber zu unseren Empfehlungen. Zwei hatten wir ja schon genannt, gerade eben einmal die Doku um Kaiser Franz und einmal die Doku über Helmut Kohl. Ich packe beides mal in die Shownotes, da findet ihr die Links zur Mediathek. Ich weiß nicht, wie lange die da noch abzurufen sind, also von daher lieber mal die Zeit zwischen den Feiertagen nutzen und da mal einfach reinschauen, dann sind die auf jeden Fall, denke ich, noch drin. Irgendwann hauen die ja dann auch wieder ab. Und der liebe Richard hat uns noch eine Podcast-Empfehlung rübergeworfen. Es ist ein Podcast, der anscheinend auch nur auf YouTube existiert, aber egal. Und zwar geht es um Fußball in Nordirland während den Troubles. Auch das verlinke ich mal. Klingt nach einem spannenden Ding. Ich hatte es auch noch nicht gehört, aber werde ich dann gleich noch verlinken. Von daher vielen Dank an Richard für die Empfehlung. Ich habe sonst nichts außer dem üblichen Genießt die Feiertage, schaltet mal ein bisschen ab. Was ja, glaube ich, nie eine schlechte Idee ist. Genau, liebe Leute, ich wünsche euch eine sehr, sehr schöne Weihnachtsfeierzeit. Bin jetzt ein bisschen fertig, wie man noch merkt. Ich muss jetzt auf jeden Fall erstmal duschen, dann gehe ich arbeiten. Super. Trink nach der Weihnachtsfeier. So viel Spaß muss sein. Du hast es besser. Ich muss jetzt gleich, das habe ich mit Basti im Vorgespräch schon gesagt, ich muss gleich noch einkaufen in drei Geschäfte. Ja, das ist so ein bisschen gleich so ein bisschen so eine Mischung aus The Walking Dead und GTA gleich irgendwie live in so einem Laden. Ja, ich habe gerade eben schon per WhatsApp die Empfehlung bekommen, ich solle den Laden nicht ausrauben und wenn ja, dann einen Heli nehmen, um abzuhauen. Okay. Könnte ein bisschen schwierig werden, ja. Ja, mal gucken. Ja. Ja gut, aber dann würde ich sagen, sind wir durch. Nicht nur mit dieser Folge, sondern auch mit allen Folgen für dieses Jahr. Das war die letzte Eintracht-Podcast-Ausgabe im Jahr 2017. Wir hören uns im Jahr 2018 wieder. Ich möchte an der Stelle nochmal drauf hinweisen, das hatten wir letzte Woche aus unterschiedlichen Gründen nicht gemacht. Patreon hat ja angekündigt, ihr Gebührenmodell zu ändern. Das haben sie jetzt wieder zurückgerollt, weil das irgendwie alles nicht so richtig funktioniert hat, aber sie haben auch reingeschrieben, dass da definitiv noch was kommen wird. Also wir empfehlen weiterhin auf Überweisungen umzusteigen, wenn euch das möglich ist, weil da einfach gerade bei den kleinen Spenden wesentlich weniger Gebühren, exakt eigentlich gar keine Gebühren anfallen und auch am Ende mehr bei uns hängen bleibt. Wir gucken uns das nochmal an, ob es da noch das ein oder andere gibt, wo wir irgendwie umsteigen können. Ich möchte die Gelegenheit aber auch nutzen, allen, die uns dieses Jahr unterstützt haben und es waren echt, echt viele, die uns hier unterstützt haben. Das ist richtig geil, Leute. Ihr seid wunderbar. Danke zu sagen. Es ist total geil, diesen Support hier zu haben. Von daher vielen, vielen Dank. Wir konnten echt einiges dieses Jahr damit bewegen und wir versprechen euch, da kommt im nächsten Jahr noch ganz viel. Wir strengen uns richtig, richtig dolle an. Von daher vielen, vielen Dank und ja. Basti, abschließende Worte heute. Abschließende Worte. Ich wünsche allen Eintracht-Fans und unseren Hörern schöne Feiertage, auch die, die kein Weihnachten feiern. Auf jeden Fall einen schönen Jahreswechsel. Das muss ja leider jeder machen. Das Jahr geht vorbei. Aus Eintracht-Sicht war es, ja gut, die Rückrunde letztes Mal war nicht so gut, aber es war alles in einem, war super. Ich kann mich nur anschließen an das, was ich ihr gesagt habe. Diese Unterstützung und auch die Leute, die man so trifft, egal ob heimspielen oder auswärts spielen, die einen dann mit Grüße oder sonst irgendwie begrüßen oder die uns irgendwie, keine Ahnung, mehr Geld zu stecken oder irgendwie sagen, ich soll euch grüßen. Also alles Mögliche, was man so erlebt rund um diese Sendung, bedeutet uns allen sehr viel, nehme ich an. Auch, dass ich auch für euch spreche und ja, ich würde sagen, der René hat es auch ein bisschen angeteasert. Nächstes Jahr kommen vielleicht noch ein paar coole Sachen dazu. Ich freue mich sehr auf alles, was ja noch kommt. Grüße an alle. Genau, Grüße an alle und damit sind wir raus. Bis nach 2018. Macht's gut und ciao, ciao. Hey, 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 hat sie an auf ein Hut, hey, 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 hat sie an auf ein Hut. Hey, hey, el Granaband, boy Hey, hey, el Granaband, boy Hey, hey, el Granaband, boy